...mehr und weiss ich Ihnen, dass das Magnetfeld von OE und die Befinien verlaufen in eine andere Richtung. Das werden wir dann auch heute natürlich rechnen. Wir rechnen die Magnetfeldwerke, aber wenn wir jetzt weiter, die aufgrund des IZ-Gesagten, kann man sich das zumindest nicht verlaufen und dann anschauen. Jetzt braucht man, bevor wir rechnen können, das ist die gefährliche Drohung im Rechnen. Damit wir was rechnen können, die ausübenen das Bett an den Blick.